So viel, es regnet. Bist hinter mir? Ja, da war gerade ein Lag. Noch mal oben rum oder unten? Ja, unten kann ja keine Wolle sein. Ja doch, ich denke, dass das wieder eine Ausnahme ist, weil das Ding wächst ja da oben. Es ist ja jetzt nicht so, dass er es in die Wand reingebaut hat, es wäre jetzt schon oben reichlich Platz, sag ich einfach mal, dass es nicht zugebaut ist. Zum Stellen von der Workbench. Jawohl, und hier standen auch mal Bäume. Da will die Welt dich laden. Warte auf mich. Ja. Seh dich mit Schneegestück, war so schlecht, du kleiner Diamant, du. Sie werden uns umhauen. Niemals. Oder wir hauen sie alle um. Wir hauen sie alle um. Denk positiv. Was ist denn da los mit dem Schaden? Oh, hier ist es sehr gefährlich. Ja. Oh, was ist denn? Das sieht komisch aus. Aber es ist ganz gut, man kann hier auch rausgehen. Sehr gut. Ist ein bisschen sicherer, glaube ich. Und zur Notfall campen wir uns auf der fliegenden Insel bis zur Finale. Jawohl, natürlich. Wann ist Finale, wenn nur noch zwei Teams übrig sind? Zwei Teams, ja. Rot hat es ja nicht mehr so einfach. Ne, die sind schon kurz vor Schluss. Aber rot sind die, ich glaube, rot und grün haben Zucker. Ja. Bin eh. Hier ist ja dieser Wald. Warte, 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 warte. Ja, ja, ja. Warum? Ich muss mal eben meine Video-Settings etwas runtersetzen. Das ist nämlich etwas zu krass gerade für meinen armen kleinen Klepp. So, das ist aus, 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 aus. Okay, dann, 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 dann. Back to game. Okay. Hat nichts gebracht. Sehr schön. Also Raza ist gerade auf jeden Fall unter der Erde. Mhm. Wie kommt es drauf? Weil letztes Mal hat er den Regen ausgemacht, als er da oben war. Ja, stimmt. Vielleicht lohnt es sich ja sogar wirklich nach unten ein bisschen zu schauen. So. Wir haben hier die Ecke. Oh. Ist hier vielleicht ganz an der World Border was? Ne, 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 oder? Ne. Grün sind wir auch nicht. Ne. Mann, wir sind so gut. Team Schwarz sammelt aber Wolle. Ja, die sind draußen. Sind bestimmt gefährlich, das ist nicht cool. Ach, warte mal, stand mal kurz. Ja, was denn? Ich muss eben Wasser einmal sammeln, hier vorne, bevor ich es vergesse. Wupp, okay. Wee. Ich bin direkt hinter dir. Wahrscheinlich muss da einfach eine Wolle rumlungern. Außer Spinnen lunger die nächste. Die einzige Wolle, die wir jetzt finden können, wäre halt... Gelb. Ne, nicht gelb, schwarz. Riesengelb. Weil die grüne Wolle müsste da eigentlich... Ne, Rather wollte ja in die Richtung hier laufen. Ah. Das ist schwer. Die sind bestimmt auch eher mittig auf einem der Berge. Ah. Ich glaube nicht, dass die Teams, die jetzt noch drin sind, wirklich am Rand platziert haben. Vielleicht schwarz könnte man ja noch denken wegen der Wolle... Da, ducken. Mies, Steve. Oh, wir sind verzaubert. Das ist halt enchanted, ja. Lass mal zurückgehen, damit wir, äh, wenigstens unten sind und einmal voll essen. Ja. Also, beziehungsweise, dass wir uns den Berg aussuchen und nicht die. Wenn wir kämpfen, kämpfen wir auf dem. Ah. Treffer von hier mit... Was? Zaaack. Hab ich ihm einmal kurz gezeigt. Du warst das. Ich hatte ja nicht getroffen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst. Ich will dich verlieren. Ich will dich verlieren. Ja, lass mal abhauen. Wir gehen auf diesen... Nee, auf den. Kommst du mit? Ja, komm. Wir müssen unsere Wolle erstmal holen. Die versteckte. Ja. Weiß grad nicht, ob ich rennen kann oder noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wieso nicht? Weil es ultra laggt. Minecraft funktioniert so gut wie gar nicht mehr bei mir. Vorsicht, ich bin im Creeper. Schwarze Wolle. Ah ne, hier lag grad. Okay. Was? Schwarze Wolle. Ach so. Oh. Schnell. Vorsicht. Zombie. Dann komm mit. Dann hauen wir ab. Oh ja. Ja. Lauf. Hier nach. Ja, ja, ja. So wenig wie möglich. Hier hoch. Das ist ein schwerer... Nicht schwerer Sprung aber... Einsprung um die Ecke. Schaffste? Ja, 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 ja. Scheiße, dass die auch Zuckerrohr haben. Jetzt haben alle Teams Zuckerrohr, nur wir nicht. Na super. Das ist natürlich optimal. Kommt man hier wieder runter? Ja, hier. Auf anderen Seite. Ja, ja. Okay, wir haben jetzt wenigstens ein Leben mehr. Puh. Und wir haben immer noch eine Wolle versteckt. Ja, irgendwo. Wo. Ja, ich weiß... Wo. Das ist gut. Weißt du auch genau, wo? Also ich würd's finden, wenn ich jetzt einmal sozusagen laufen könnte. Okay. Weil jetzt ist ja wieder sinnlos, weil äh... Das haben wir ja dann einmal Wolle wieder über. Ja. Ich glaub, wir werden aber nicht verfolgt. Was wir jetzt aber ausnutzen können, ist äh... Wir wissen ja, wo er herkam. Ja. Und die anderen müssen gleich wieder hochkommen, um Wolle zu platzieren. Aha. Dass wir jetzt gleich, wenn wir es mal geschafft haben, ja zurückzukommen, gucken, was die Kartoffeln gemacht haben. Ja. Und dann laufen wir in die andere Richtung. Da, wo die vielleicht wieder aus dem Boden kommen. Jo. Wo weißt du wo lang? Ja, ja, hier hinter dem Berg. Gut. Da, wo das Lava aus der Wand kommt. Oh, sind hier viele Schafe, guck mal. An unserer Scha... Ja, die sind alle mit der Zeit reingefallen. Trottelschafe. Skelett, vielleicht die Knochen. Ja. Scha... Ja. In die... In die arme... In die arme Lava. Genau, das arme Schaf in die Lava. Ja. Pow. Wow. Wie kann er das überlebt haben, ey? Alter. Ah, hier. Ist noch nicht gewachsen, leider. Mhm. Ah, das kann nicht wachsen. Kann das sein? Weil es nicht an den... An den... In die... In die... In die arme... Oh, die kann nicht wachsen. Ich dachte, weil oben kein Regen drauf kommt. Ne, ne. Vorsicht, Baby-Zombie. Uh. Okay, komm rein. Bin drin. Bin aufm Weg. Wann ist Team Rot jetzt raus? Ähm, die müssen jetzt ja... Wenn die halt keine Wolle mehr platzieren können, sozusagen. Ja. Dann hat er noch das eine in der Tasche, sozusagen. Hm? So, warte, ich hole eben die andere schwarze Wolle aus der geheimen Kiste. Wo auch noch mein Leben drin steckt. Mal nach unten. Und zack, kann man ein neues Leben. Juhu. Oh Gott, wo war das... Hier war das genau. Ah, die sind alle verzaubert, ey. Das ist nicht wahr. Das ist so uncool. Das ist richtig scheiße. Unser Chunk war nicht geladen, als wir weg waren. Heißt schon mal, es ist niemand in der Nähe. Ist das ein Knochen? Ne, kein Knochen. Aber es ist niemand in der Nähe. Es ist irgendwie gut. Da war keine Kartoffel gewachsen. Musst du dann wieder Clean Stone brennen? Jo. Oder hast du noch Reichen irgendwo? Ich hab noch 21. Aber wir sollten mal wieder welchen brennen. Ups. Verfolgt hat uns auch keiner. Ne. Die sind hier ganz allein. Ach. Dass die jetzt alle, wirst du, mit Enchanta haben, ist echt scheiße. Oh, ja. Ja. Komm schon. Ich hab noch ein paar Pickaxes. Mach doch welche. Ja. 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 Und dafür versuchen wir jetzt einfach eine Basis. So. Das wär auch gut. Also hier in der Nähe schon mal keine. Ja. Kommst du dann hinterher? Oder? Also. Ich hätte jetzt noch auf Kartoffeln gehofft. Aber. Zu meinen müssen wir ja nicht viel Essen verbrauen. Jo. Okay. Musst du? Ich mach schon. Okidoki. So. Kann jetzt zwar länger dauern, aber. Eigentlich müsste hier doch gleich die Dingens kommen. Da. Dingens? So. Ich hab so viele schöne Level, die ich noch verbrauchen möchte. Aber. Mr. Creeper? Ja. So. Hier in die Richtung. Weiter geradeaus. Ach ey. Bis zu World Border. Denn wenn wir da hoch gehen, kommen wir wenigstens auch bei unserer schwarzen Wolle raus. Ach. Das ist gut. Wir sind natürlich nur von einer Map zu einem Map Ende zum anderen. Aber wir haben ja schon lange gebuddelt. Oh ja. Verdammt lange. Alter, Alter. Hier oben war nur ne Höhle über uns, ne? Mhm. Du kannst ja... Hast du Pickaxes? Jaja, klar. Dann schlag immer mal so Gänge nach rechts und links für dir. Also immer so fünf... Jaja, ich weiß schon. Mach ich doch auch. Soweit der Arm reicht. Hehehe. Ah, Kies. Kies ist unfair. Ah, Kies, ja. Ah, Kies. Pfff. Oh Gott. Kommt hinter uns was? Nein. Volunt. Ne gute Höhe haben wir ja. Wir haben halt immer noch die Chance, weitere Dias zu finden. Ja. Die schummeln bestimmt. Naja, die letzte Wolle verstecken will. Ja. Unter Wasser bestimmt. Naja, ist unter Wasser theoretisch erlaubt, weil es muss ja vier Blöcke in alle Richtungen frei sein. Aber wenn nicht Team Blau wär... Hm. Es zählt Wasser als ist frei. Ich glaub eher nicht. Da, da. Dauert noch ein bisschen Kies. Dauert noch ein bisschen Kies. Hehehe. Hört nicht mal die rechte Seite zum Bude irgendwo. Links meine ich. Andere rechts, oh Gott. Ach Gottchen. Dias. Noch mehr Dias. Vier Dias. Oh, fünf. Mist, lohnt sich eigentlich fast zurückzubringen. Na toll. Ja, das Problem ist halt, wenn wir jetzt in die gegnerische Basis kommen und fünf Dias in der Tasche haben, ist das auch kacke. Ja, das stimmt. Können wir daraus nicht was craften? Fünf. Das reicht für nen Helm. Ja doch, klar. Das können wir machen. Ja, hast du Holz mit? Nein. Ja doch, ich hab alles dabei. Hinter dir. Mach ich eben nen Helm. Oh. Da gibt's schon wieder Tode. Das war grün, oder? Ne, das war rot. Damit ist einer schon mal raus. Ja. Wir müssen uns bei ein und irgendeine Basis finden, denn wenn das andere Team jetzt noch raus ist, dann ist ja Finale. Mhm. Und wenn wir keinen entschahnt haben, ist das auch kacke. Oh ja. Und wie lange geht wohl so ein Kiesbett? Äämän hezt. Und wie lange weiß ich, es war noch mal. Das war gar nicht, was wir machen. Ja, ich bin ganz riesig. Das war ja schon jetzt. Ich bin ganz klar. Ja.